Lektion 119 aus dem Kurs in Wunder Heute wiederholen wir die Lektion 107 Die Wahrheit wird alle Irrtümer in meinem Geist berichtigen. Und die Lektion 108 Geben und Empfangen sind in Wahrheit eins. Ja, wieder zwei mächtige Lektionen, denen wir uns heute zuwenden. Schauen wir doch einmal kurz, was denn ursprünglich in der Lektion 107 die Aussage war. Es ging los mit, was könnte Illusionen berichtigen, wenn nicht die Wahrheit? Und was sind Irrtümer, wenn nicht Illusionen, die nicht als das erkannt werden, was sie sind? Also ganz klar, die Wahrheit berichtigt Illusionen. Okay, das können wir uns vielleicht nicht vorstellen, weil wie soll denn das automatisch gehen? Es ist ja rein bei beides da. Aber wir können die Aussage einfach einmal nehmen. Wahrheit berichtigt Illusionen. Der zweite Satz gibt dann einen Aufschluss darüber, warum wir Wahrheit und Illusionen nebeneinander bestehen lassen. Und was sind Irrtümer, wenn nicht Illusionen, die nicht als das erkannt werden, was sie sind? Aha, eine Illusion, die ich nicht als Illusion erkenne, ist also schlicht und einfach nur ein Irrtum. Das bedeutet, es ist also nicht so, dass Illusion und Wahrheit nebeneinander besteht, und zwar bewusst besteht, wir also bewusst die Wahrheit wahrnehmen und parallel die Illusion. Wir nehmen die Illusion wahr, weil wir im Irrtum sind und es mit der Wahrheit verwechseln. In dem Moment, in dem die Wahrheit in unseren Geist einzieht, dann wissen wir, das ist die Wahrheit und dann irren wir uns auch nicht mehr, und Illusion verschwindet. Illusionen vergehen einfach, ohne eine Spur zu hinterlassen, durch die man sich an sie erinnern könnte. Weg sind sie, weil sie ohne Glauben kein Leben haben. Und erinnern wir uns, Glaube erzeugt die Akzeptanz von Existenz. Und es heißt nicht, Glaube erzeugt Existenz. Es heißt, Glaube erzeugt die Akzeptanz von Existenz, und das ist ein Unterschied. Das heißt nämlich, dass Illusionen nie wahr werden können. Dann würde es bedeuten, Glaube erzeugt Existenz. Sondern eigentlich bedeutet es, Glaube erzeugt, ja, kann Irrtum erzeugen, also die Akzeptanz von Existenz. Wahrheit selbst braucht keinen Glauben, denn die Wahrheit ist einfach wahr und steht für sich. Und wenn etwas nicht da ist, dann kann es mich auch nicht verletzen. Und das schließt sozusagen den Kreis zur Wiederholungslektion. Ich bin im Irrtum, wenn ich denke, man könne mich auf irgendeine Art verletzen. Ich bin Gottes Sohn, dessen Selbst unversehrt im Geiste Gottes ruht. Dreh- und Angelpunkt ist also unser Glaube an etwas, das nicht da ist. Und durch die Lektionen, und zwar im Speziellen, durch das Spüren nach innen, das Betreten des geistigen Raums oder Wahrnehmen dieses geistigen Raums, da sind wir dann im Geiste Gottes. Es muss so sein, denn wir sind ja verbunden und hier spüren wir Frieden und Existenz, wahre Existenz unseres Seins. Also muss das ja die Wahrheit sein. auch wenn wir sie nur andeutungsweise erkennen und mit erkennen ist unser normaler Sprachgebrauch gemeint, das normale Erkennen nicht, die totale Erkenntnis im Sinne des Kurses. Und die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Und es bleibt einfach uns die Möglichkeit, uns von der Wahrheit führen zu lassen. Die Wahrheit wird alle Irrtümer in meinem Geist berichtigen. Nicht sonst. Also wenden wir uns der Wahrheit zu. Geduldig, immer wieder und mit immer mehr Vertrauen. Nehmen die Liebe in Empfang, die wir spüren und unsere Wahrnehmung korrigiert sich. Ich will ein ganz kurzes persönliches Beispiel dafür geben. Ich befinde mich aktuell auf einem Business-Seminar und ja, beruflich mache ich ja Unternehmensberatung und da ist es ab und zu ganz gut, so ein Seminar zu besuchen. Und heute ging es um das Thema Sales, also Verkaufen und auch Einwandbehandlung. Und ich hatte vor diesem Tag schon ein bisschen Respekt, denn aus der Vergangenheit weiß ich, da wird mein Ego mächtig angeschoben. Ja, und dann geht es so, ja, Power und dies und das. Und ich konnte heute ganz genau erfahren, dass ich es auf zwei Arten sehen kann. Ich kann mich tatsächlich mitreißen lassen und dann ist das eine Ego-Nummer und dann ist Verkauf sozusagen, ja, eben Pushen und geschickte Einwandbehandlung und dies und das. Ich kann aber das Ganze auch übergeben und sagen, zeig du mir die Wahrheit. Und plötzlich ist es eine neutrale Situation. Plötzlich kann ich auch das Thema Einwandbehandlung ist ja schon noch ein spezieller Begriff, ja, ganz neutral sehen und ich kann genau spüren, es hängt von meinem inneren Zustand ab, wie ich dabei wirke. Wenn ich ganz in Frieden bin, dann kann ich zum Beispiel, wenn jemand sagt, für das und das haben wir kein Budget, dann kann ich fragen, was müsste denn für sie geschehen, dass es sich lohnt, ein Budget freizumachen. Dann ist die Frage neutral, sie kommt aus keinem Mangel, sie wird einfach gestellt, im Frieden. Ich kann sie aber auch als Ego stellen und sagen, was fehlt Ihnen dem Angebot, welche Vorteile bräuchten Sie damit, das für Sie attraktiv ist. So, ich kriege es jetzt gar nicht so richtig hin, denn es ist ja, sag ich mal, ja, also, man müsste daraus einen Mangel heraus formulieren und wenn wir im Ego sind, sind wir automatisch im Mangel und das teilt sich auch mit. Wobei das Ziel jeweils ein anderes ist. Wenn ich aus dem Ego heraus formuliere, will ich was verkaufen, dann will ich etwas haben. Wenn ich aus dem Frieden heraus frage, dann will ich etwas geben. Ich brauche nichts und die Antwort darf sein, wie sie ist. Und das war heute wirklich sehr erkenntnisreich und wir können das im Alltag wunderbar nutzen. Wir lassen unsere Irrtümer in der Situation, in der wir sind, bereinigen und die Situation wird neutral. Es ist alles gut und wir brauchen uns keine Sorgen und Gedanken zu machen und diese Sorgen und Gedanken sind auch nicht da. Die Lektion 108 sagte, Geben und Empfangen sind in Wahrheit ein. Die Schau hängt vom heutigen Leitgedanken ab. Das Licht liegt in ihm, denn er versöhnt alle scheinbaren Gegensätze und was ist das Licht, wenn nicht die aus dem Frieden geborene Auflösung aller deiner Konflikte und irrigen Gedanken in der einen Vorstellung, die völlig wahr ist. Wenn wir das auf den vorangegangenen Leitsatz oder damit in Zusammenhang bringen, heißt das ja, wenn wir sagen, die Wahrheit wird alle Irrtümer berichtigen, dann ist das eben ein Irrtum, dass Geben etwas anderes ist als Empfangen. Wir glauben an diesen Irrtum, weil wir daran glauben, wenn wir etwas geben, es ist weg und wenn wir etwas bekommen, dann haben wir mehr als vorher. Ganz einfach. Das Licht, von dem hier die Rede ist, in der Lektion 108, könnten wir als die Wahrheit sehen. Das ist das Licht, das keine Gegensätze zeigt und die Wahrheit zeigt keine Gegensätze, es geht nicht, sonst wäre es nicht wahr. Das ist das Licht, das heilt, hieß es in der Lektion, weil es zu ungeteilter Wahrnehmung führt, die auf einem einzigen Bezugsrahmen beruht, aus dem nur eine Bedeutung kommt. Wir kennen viele Bedeutungen und haben im Zweifelsfall auch viele Bezugsrahmen. Was ist der Bezugsrahmen, aus dem nur eine Bedeutung kommt? Es kann nur die Wahrheit unseres Seins sein. Und diese Wahrheit ist Sündenlosigkeit. Diese Wahrheit ist Liebe in all ihren Aspekten und die Übung, die damals gemacht wurde, dass wir jeden Geist zum Beispiel Frieden oder Ruhe oder Sanftmut angeboten haben und es dann selbst gespürt haben, ist ja schon eine fundamentale Erfahrung. Und wenn du diese Übung praktiziert hast und auch vielleicht nur ein kleines bisschen das gespürt hast, dann hast du schon einen riesen Schritt gemacht. Denn jetzt erleben wir an einem praktischen Beispiel, dass Geben und Empfangen in Wahrheit eins ist. Und wenn wir Vergebung geben, müssen wir erkennen, dass wir Sündenlos sind. Es kann nichts anderes rauskommen. Und deshalb heißt es in der Wiederholungslektion heute. Heute will ich allem vergeben, damit ich lerne, die Wahrheit in mir anzunehmen und schließlich meine Sündenlosigkeit begreife. Allem vergeben, da könnten wir kurz stutzen. Das bedeutet ja auch dann alles, ohne Ausnahme. Es heißt letztlich ja die eigenen Bedeutungen zurückziehen beziehungsweise diese Bedeutungen sind Irrtümer, sie durch die Wahrheit berichtigen zu lassen. Einfach alle, jede Bedeutung, auch wenn wir etwas als äußerlich schön, äußerlich erstrebenswert, äußerlich ja ist in Ordnung ansehen, solange die Bedeutung nicht aus dem inneren Frieden entsteht. Ja, vergeben wir eben eine Bedeutung und das ist ein Irrtum. Ja, und so wenden wir uns dann der Lektion 107 in der Wiederholung zu und lassen uns darauf ein, denn die Wahrheit wird alle Irrtümer in meinem Geist berichtigen. Also lassen wir uns doch von der Wahrheit erhellen, erleuchten und freuen uns, dass dem so ist, freuen uns, dass wir erlöst werden von all den Bedeutungen, die wir gemacht haben. Wozu sollten wir sie noch aufrechterhalten? Sie bescheren uns ja laufend Konflikte, ein Konflikt nach dem anderen. Und woraus entstehen diese Konflikte? Aus der Kollision von Bedeutung. Wenn es nur einen Bezugsrahmen gibt, der eine Bedeutung vergibt, kann das alles nicht mehr sein. Und deshalb können wir uns ja in Freude nach innen wenden und sagen, ich bin im Irrtum, wenn ich denke, man könne mich auf irgendeine Art verletzen. Ich bin Gottes Sohn, dessen Selbst unversehrt im Geiste Gottes ruht. und dann lassen wir uns in diese Worte hineinsinken. Lassen uns führen und vertrauen unserem Geist, dass er genau das Richtige tut. Denn diese Worte wurden uns gegeben im Vertrauen auf uns, auf dich. Ich bin im Irrtum, wenn ich denke, man könne mich auf irgendeine Art verletzen. Ich bin Gottes Sohn, dessen Selbst unversehrt im Geiste Gottes ruht. Und erlaube dir, die innere Leichtigkeit zu spüren, die Leichtigkeit des Geistes, die Freiheit, Unbegrenztheit, Wäre es nicht schön, wenn es immer so ist? Wie anstrengend ist es doch, eigene Bedeutung und Urteile wahrzumachen, scheinbar wahrzumachen. Was für ein Aufwand! Wie anstrengend ist der Mangel des Egos? Wie eng sind diese begrenzten Gedanken des Egos? Das sind nicht wir, das ist nicht unsere Wahrheit. Heiliger Geist, zeige du mir meine Wahrheit. Zeige du mir, was ich bin. Geben und empfangen sind in Wahrheit ein. Heute will ich allem vergeben, damit ich lerne, die Wahrheit in mir anzunehmen und schließlich meine Sündenlosigkeit begreife. Wie schön ist das? Wie leicht ist das? Wie anmutig ist das? Heute will ich allem vergeben, damit ich lerne, die Wahrheit in mir anzunehmen und schließlich meine Sündenlosigkeit begreife. geben geben wir diesen Worten Raum. Spüren wir den Frieden in uns und Frieden kann nur da sein, weil es keinen Konflikt gibt und keine Trennung keine keine Sünde. Es ist nicht da und das ist die Wahrheit und wir geben Wahrheit und empfangen Wahrheit und wir heilen. Der Geist heilt und alles passiert in unserem Geist nirgendwo sonnt. Und wenn wir das einmal akzeptieren, dann ist ab dann die Methode klar, wie wir mit Konflikten umgehen. Wir bieten jedem Geist Frieden an, Heilung, Sanftmut. Wir bieten der ganzen Welt Frieden an. Wir bieten der ganzen Welt Wahrheit an. Denn wir können ja nicht verletzt werden von etwas, das gar nicht da ist und und deshalb wollen wir erkennen, dass es nicht da ist. Heute will ich allem vergeben, damit ich lerne, die Wahrheit in mir anzunehmen und schließlich meine Sündenlosigkeit begreife. Begreife. Nimm die Wahrheit an, nimm den Frieden an. Denn wenn du es annimmst, kannst du es auch geben und wenn du es gibst, empfängst du es. und so vergrößert er sich, denn miteinander teilen ist Kommunikation und so lernen wir alle gemeinsam. Danke für deine Zeit und Hingabe, Danke für dein Hinwenden an die Wahrheit.